Tausende Menschen werden von Krieg und Hunger aus ihrer Heimat vertrieben. Aber auch bei uns finden sie keinen Frieden. Das reiche Europa lässt sie im Elend vegetieren. Wir machen da nicht mit. Wir schenken ein Zuhause. Wir schenken Menschlichkeit. Hallo. Servus. Das ist die Heidi. Sie unterrichtet junge Geflüchtete am WSZ 1 Schwandorf. Und das ist der Jojo, Berufsmusiker unter anderem in der Rengsburger Band Trixie und die Partylöwen. Mit der Schülerzeitung Wir, weil international rockt und unser Musikprojekt ist unsere Lieblingsfarbe, sind wir bereits mit und für junge Geflüchtete aktiv. Wir glauben, dass diese Menschen, diese Schutzsuchenden, von denen sicher keiner freiwillig seine Heimat verlassen hat, immer mehr vergessen werden. Wir glauben, dass wir einen Heifer können, hier anzukommen. Wir glauben, dass unsere Heimat die perfekte zweite Heimat ist. Rengsburg hat Herzenswärme und ganz viel Platz für alle Kulturen, die miteinander und vor allem voneinander lernen können. Wir können uns bei allem unterstützen, was mit Behörden und Ämtern zum Dorf. Wir können uns sprachlich fördern. Wir können uns mit jungen Geflüchteten vernetzen, die schon eine Weile bei uns leben und grundsätzlich mit Jugendlichen vor Ort zusammenbringen. Und wir freuen uns jetzt schon auf die gemeinsamen Ausflüge in die Region, damit sie unsere Heimat besser kennenlernen. Unterstützt das Wahnsinnsprojekt Second Life. Macht's mit! Werds auch ein Teil davon. Wir schenken Menschlichkeit. Helfen Sie uns. Werden Sie Pate. Spenden Sie für SpaceEye. Jeder kann helfen. Jeder. Jedem. Leib. George. Macht's Musik. 泪. booty ername. Untertitelung des ZDF, 2020